Die Schneider sind wieder da, wo sie hingehören. Es wird Zeit für meine Belohnung. So, Schenke. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe Erfahrungspunkte auf jeden Fall gekriegt. 5000 oder so. Er hat eine Ausbildung dritten Grades. Beziehungsweise einen Abschluss dritten Grades. Sag die Worte. Ich gehe. Was? So, das geben wir mal alles zum Verkaufen raus. Das ist auch zum Verkaufen. Oh ja, hier können wir echt nichts mehr machen. Ah, wir können aber eine Wissensschriftrolle mal hier wieder werben. Was ist mit der Stadt? Was verkauft die? Nichts, weil sie nichts hat. Und ihr verkauft auch keine Schriftrolle. Die geben wir ihnen hier, die Schriftrolle. Also erstmal wird es Zeit zu verkaufen. Die Schwerter bringen uns nichts mehr. Ich glaube, die Steine und Nahrung können wir verkaufen. Verkauf mal so alles, was ich hab' hier. So, außer die Heiltränke. So, und für euch die Schriftrolle. Chaos Ring. Sagen wir so, verkaufen wir den hier. Und kaufen die Rüstung. Die ist besser. Ganz ehrlich, zurück an, kaufen wir den Chaos Ring. So. Aha. Aha. Das können wir uns hierher aufmachen. Ganz ehrlich, ich versuch mal, den Geist wegzuschicken. Die kommen hier rüber, gell? Ja. Gut. Und ja, das älteste Zepter behalte ich erstmal bei Zogern. Steine, um zu wachsen. Mhm. Die Townshed vom Fabrik. Ihr verkauft keine Steine. Es gibt ja auch keine Steine mehr. Also, ha, ha, ha. Können wir euch schon mal nicht beim Wachsen helfen. Okay, danke. Garnack braucht zum Wachsen eure Hilfe. Ja, nehmen wir das einfach mal an, auch wenn wir nichts machen können. So. So, und dann heißt es jetzt noch da oben. Aha. Thinking productively. Wird er hier jetzt irgendwo erwähnt? Ja, als Stratege. Bloß haben wir ihn, sind halt das kommende Strategen, der sein ganzes Leben dem Studium militärische Angelegenheiten gewendet hat, verbessert die Kampffähigkeit der ihm anvertrauten Truppen erheblich. Okay. Well, we don't know. Uh-huh. Danke. Okay. Ja, wir sind gleich bei der Stadt. Und ich hoffe, dass wir jetzt der Stadt hier geholfen haben. Und wer weiß, dass wir... Freunde der Goblins sind. Ja, das haben wir zum Glück schon, das Artefakt. Das Treib trägt nämlich Zoragon mit sich rum. Ja, wir dürfen passieren, als wahre Freunde. Hoffe ich jedenfalls mal, dass wir jetzt passieren dürfen. Weil, mehr können wir jetzt nicht mehr machen. Haben wieder ordentlich was an Erfahrungspunkten für das ganze Kladderadatsch gekriegt. Ja, wie gesagt, wenn wir noch zwei Level raushauen können... ...würde ich erstmal Kampffähigkeiten und dann die magische Kräfte setzen. Okay. 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 so schweinchen ja wir haben hier eigentlich alles erledigt aus die ganzen sachen die wir aus den kasernen und fabriken besorgen sollten das können wir ans abschminken der riese den wir verkackt haben weil einfach die quest nicht gekommen ist bis wir den riesen gefunden haben das mit den steinen weil es einfach keine steine mehr gibt also wir haben alles ja abgegrast hier aber stimmt war war noch was mit dem ihr seid schnell immer zu der riesen keule so schädel zu trümmerer können die leider auch nicht benutzen aber ist ziemlich stark nehmen wir also einfach mal mit weil ihr besitzt das titanschwert und ihr besitzt das super titanschwert und das spiel hat einfach damit probleme wenn ich spielstände überspeichern sollte ich immer neu speichern ja wir dürfen passieren danke gut äh äh we're almost there we're almost there Könnt ich bitte meine gesamte Abwehr haben, ohne dass sie irgendwo festhängt? Könnt ich auch eine Tankett haben? Damit sind wir dann auch mit der Mission durch. Ja, ich habe den magischen Geist verloren, das ist mir aber jetzt gerade egal. Wir haben die Mission geschafft. Und fortfahren. Dunkelhalb über dem Nebel bergen die Höhlen. Kaum ein Reisender kommt lebend im verzauberten Tal an. Die meisten verirren sich in den endlosen Labyrinthen, die dorthin führen, oder sterben dort. Was ein schreckliches Ort. Ich wünsche es nicht nur die einzige Passage zu den Enchanted Valley. Ja, vielleicht finden wir hier Zwerge. Okay, hier unten. Ah. Ist das eine... Ja, das ist eine Goblin-Kaserne. Ein Goblin-Geschäft. Stahlschwert, Holzschild, keine Aufgaben. Mhm. Also hier ist ein Zwergen-Ding. Wir können also entweder unten rumgehen. Und dann können wir hier lang und dann oben nochmal rumgehen. Ja. Würde ich fast sagen, machen wir das so. 700 Goldstücke. Mhm.